ein wunderschönen guten adem mein name ist g aus dem crypto café euer crypto trainer es geht um reines entertainment also unterhaltung keine finanzberatung so wie von vielen gewünscht mache ich heute das video zum thema yield farming update bzw resume also zusammenfassung der letzten drei monate also ab september ich habe hier ein altes video aus anfang oktober rausgesucht weil im september war hauptsächlich sag ich mal war ich auch band hier unterwegs auf avalanche mit meinen mit meinen youth farming budget budget und habe gewartet bis abel launch und das war eben einfach oktober gewesen das aber und kopf endlich auf avalanche gelauncht sind wo dran wo nachricht auch direkt da reingegangen bin bei beidem ihr seht hier kopf ganz am anfang am war halt über 60 prozent rendite auf den try crypto pool und das ist generell bei allen fahren die ihre eigenen token ja oder durch diese block durch die chain inzentiviert wird das geld dass leute dahin kommen mit ihrem mit ihrem fans und das wird auch zukünftig definitiv auf anderen chains passieren sieht mal aktuell ja zum beispiel bei chrome chrome ist ja von von crypto.com die haben habe ich ja ihnen meine nachricht darüber berichtet 700 millionen für dieses stadium ausgegeben dieses stadium die und danach ist der token natürlich hoch geschossen ich glaube wir haben alles vorbereitet gehabt und danach haben ja direkt das youth farming über deren eigenen chain gestartet ja wo man aktuell auch relativ hohe rendite bekommen kann ja ist aber ich habe mir das angeguckt die videos dazu und auch die seite selbst und da werde ich jetzt nicht mit meinen fonds rüber gehen obwohl ich tatsächlich auch selber einen crypto.com account habe ja und dort noch sogar ein bisschen liegen habe das problem ist einfach da ist außer dass youth farming auf der chain nichts anderes und diese rendite die die ausschütten aktuell ist es gut der weil die eben sehr viel von den eigenen token ausschütten als rendite das wird auch wieder runter gehen ja sobald sag ich mal eine größere masse an geld in die in die in die plattform zu den field farming reingehen und das ist eben dieses große problem bei traditionellen yield farming wo man auch mit unterschiedlichen methoden versucht ja ich war ja auch unter die farmen bei kaiber dmm war ich drin bei die fein aber df y n ja war ich auch drin und erwarte ich heute bei die fein und da habe ich heute morgen auch eine portion 25 prozent von den resten die ich da habe wieder rausholen können und das waren ich glaube umgleich 30 cent oder so war das bei dem genau das sind die drei farmen die bei mir noch offen sind genau hier sind noch 70 dollar drin ja die noch rausholen kann in 27 tagen wieder bei dem zweiten sind auch in 27 tagen noch 173 dollar drin und und hier sind noch sogar 60 tage er doch 96 dollar und diese 96 96 token und das ist das problem ja wenn der token preis über die zeit runter geht ja weil eben niemand die token behält weil es nur es gibt ja keinen grund den zu tun zu behalten und am anfang sah das halt gut aus ja dass man da ziemlich hohe rendite hat aber durch diese westing periode von neun monaten insgesamt wird man am ende diese token praktisch für umsonst rausbekommen wo die keinen wert mehr haben ja das heißt das was euch zu dem zeitpunkt wenn ihr in die farmen reingeht an prozente angezeigt wird das wird in der regel nie diese prozente sein was ihr am ende auf die hand kriegt und deswegen ist das auch so dass praktisch alle fieldfarmer sobald die 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 bonus oder die rewards bekommen haben die direkt aus umtauschen ja weil je länger du die halten diese rewards token diese eigenen farm token desto höher ist die gefahr dass der token am wert verliert und dann habt ihr büßt ihr praktisch was von euren rendite ein da ist das problem und das problem versucht er zuerst war das olympus hat damit angefangen aktuell natürlich sehr heiß time wonderland auf avalanche und natürlich das klima dau auf polygon und bei um alle haben aktuell sehr hohe rendite das seht ihr hier aktuelle rendite von 82.000 prozent und da wollte ich werde ich am zweiten teil des videos auch noch mal genauer drauf gehen ich habe da so einen berechner aufgestellt da hat sich was interessantes herausgestellt bleibt daran so was habe ich gemacht ihr seht ihr das war ganz am anfang als ich einfach reingegangen bin am anfang auch oktober und ich hatte 1444 token von dem avax token ja und mittlerweile ihr seht ihr habe ich noch 500 stück das heißt ich habe mehr als die hälfte schon verkauft ja und das ist eben dass ich sage ja egal wie gut die farben sind die normalen ob das 50 prozent 100 prozent oder 200 prozent sind du wirst damit niemals auf die rendite kommen die du durch diesen basis token bekommst ja wenn du yield farms sucht nicht nach der form dann guckt du euch dieses vorbereitungen auf yield farme im video von mir an dass der letzte punkt der letzte punkt wo ihr drauf hier gucken gucken sollte ist die apr und apr viel wichtiger ist die richtigen token auszusuchen und ich bin damals in evx reingegangen weil ich mit dem bei aus der fundamentalen datenanalyse der meinung bin dass evx sehr sehr hohe potenzial nach oben hat ja und auch als taiki ist ja eine der kanäle die ich auch selber verfolge der nach nach haben die nach phantom gebritzt ist weil dort geist finance gelauncht ist und dort immer auch sehr hohe rendite kriegt hat habe ich mir auch überlegt da sollte ich hier rausgehen extra evx macht kaum was ja und habe ich mich dafür auch entschieden hier zu bleiben ja erstens speichern natürlich das hin und her bridgen ja das kostet auch geld zweitens könnte ich auch hier was verpassen ja wenn ich da hinten da drüben hin brüche und das hat sich am ende für mich gelohnt ja ich meine ihr seht ja wo aktuell wo aktuell evx steht ja bei 100 100 130 ich bin bei 50 60 oder sowas hier reingegangen und diese 200 prozent also 100 prozent extra drauf aber insgesamt 200 vom grund wert heraus die die bekommt ihr nicht innerhalb einem monat bei irgendeinem farm 200 prozent dass wir 1200 prozent 200 prozent zwei monaten werden 200 prozent und das offene auf eine chain token ja also l1 das wäre wie serium terra und so weiter wir werden nirgendwo diese rendite bekommen ja und zwar und außerdem dieser risiko diese geringen risiko ja deswegen also ich habe meinen token wie gesagt zum großteil rausgeholt dass mein stadt investment komplett plus ein teil vom gewinn raus ist und die rest werde ich jetzt einfach laufen lassen ja das ist der erste punkt das heißt konservativ farm auch in der bullenmarkt phase ist ist nicht unbedingt schlechter als als offensiv also mit hoher risiko schnell in neue farben rein zu eben davon habe ich mich mittlerweile ein bisschen entfernt es gibt genügend anderen kanäle die täglich neue sachen vorstellen sondern ihr habt auch gefragt dieses meyer meyer finance mit mit aaron da drauf ich habe mir das auch angeguckt ja und das ist auch für mich nichts weil da sind nur insgesamt drei farben mit aaron und da fehlt auch für mich insgesamt das ökosystem drumherum das ist die chain diese chain ja die ist da ist einfach so wenig los außer diese eine farm ja und das ist für mich nicht etwas was langfristig sag ich mal haltbar ist vielleicht vier wochen acht wochen wird es gut laufen ja aber dann sofern sich eben drumherum nicht ein großes ökosystem aufbaut ist es halt schnell rein schnell raus ja und das ist ja eben nicht nicht wirklich meine strategie so jetzt kommen wir zu dem zweiten teil was ich vorstellen wollte und zwar ist es das hier ja noch nicht ganz genau zum thema die entwicklung der letzten drei monate ihr seht hier das war etwa ende september bevor ich praktisch in das arve curve bei aber den schreien gegangen bin ja da seht ihr hier ich hatte einen ziemlich großen anteil bitcoin ist hier und mit der zeit über oktober hat sich der bitcoin anteil reduziert ist hier im anteil erhöht dagegen und heute ist es so hat sich das bitcoin und noch mal reduziert das ethereum sieht nach geringer aus aber ihr seht hier ich habe 13 prozent aktuell im mft drin ja das heißt wenn man die beiden hier zusammenzählt ja das sind ja meine aktuellen position sind das 32 33 knapp 33 prozent ja was ich mich hier im drin bin habt einerseits wie ich selbst gesagt habe ich bin sehr bullisch officieren trotz der hohen gas fees weil ich denke bis nächstes jahr bis die auf proof of stake umstellen wird es noch sehr viel weiter nach oben gehen vor allem wie es hier und zwar weil jetzt schon seit längerem zeit auch wöchentlich die 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 verbrannt die verbrannten ist hier mängel höher ist als das was neu gemeint wird ja das heißt wir haben da insgesamt eine deflationäre währung ja zusätzlich dazu oder zu der entwicklung manche sagen natürlich ja der der marktanteil in den gesamten die fall markt oder alles außer bitcoin ja geht von bei serien geht zurück weil anfang des jahres war die serien bei ca 99 prozent und mittlerweile sind die bei zwei drittel ja also 66 65 prozent ja das ist natürlich ein trend das wird auch noch weiter gehen ich denke die layer 1 die vor allem aktuell sehr stark am entwickeln ist die werden noch mehr marktanteil was sind gerade was die frage angeht ja gerade wenn neue leute reinkommen mit nicht so viel geld für für diese gestion und wo aktuell auch die bridges stark ausgebaut werden ja es ist ja viel leichter jetzt zwischen den chains hier und her zu sprengen wird es hier weiter gleich mal marktanteil an die fall verlieren prozentual gesehen aber letztendlich der token an sich was was auch die serien hin und her transferiert wird und auch bezahlt wird dann gas wie ja das wird glaube ich weiter sehr hoch bleiben ja und deswegen bin ich auch so 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 stark noch nicht weiter investieren drin ich weiß habe ich wie gesagt reduziert circa um vier prozent gegenüber letzten monat einfach wie gesagt gewinn mitnahme ganz normal die restlichen wer jetzt laufen lassen luna hat sich nicht viel verändert sieht nach weniger aus ja ist aber einfach daran geschuldet dass die die gesamte menge und vor allem durch das nfc anteil gewachsen ist ja weil ich jetzt auch noch ein bisschen habe ist natürlich meter war es ja ein prozent nicht wirklich nennenswert und die anderen token die haben natürlich ein bisschen gleich mal an mengen eingebüßt vor allem cardano er sieht man hier zwei prozent damals war das drei prozent das ist einfach dem kurs geschuldet das ist alles im dollar gerechnet also nicht in die sie um oder so und ja das ist so praktisch meine japan position wie die aktuell aufgeteilt ist jetzt können wir uns noch mal angucken ich hatte erwähnten also terra ich habe meine meine terra position ihr seht bei anker protokoll haben die mittlerweile bei bauro gar keine rendite mehr drin also praktisch 0 prozent ja und deswegen habe ich auch komplett aber ich habe noch hier ein eigenes hier drin als als sicherheit ich könnte dagegen was ausleihen aber dass wir das sowieso nicht viel also habe ich ja jetzt komplett alles herausgeholt und wo ich drin habe ist in dieser das habe ich damals auch vorgestellt diese zyklus was man machen kann nämlich das sind drei wochen ihr kauft auf auf dem terra swap die b lunas luna gegen b luna könnt ihr tauschen mit einem minimalen gewinn das seht ihr hier aktuell 1,1 prozent ja das ist eigentlich ganz wenig ich habe das damals glaubt zu zwei prozent also ihr kriegt vor zwei wochen das schwankt aber immer ein bisschen ja das kann man beobachten und dieses zwei prozent pro drei wochen müsst ihr halt hoch rechnen bei 17 wochen also 17 mal drei sind ja circa ein jahr 51 wochen wäre man dann bei circa vier und drei drei und drei prozent ja auf den luna token selbst und das ist einfach dem geschuldet dass man auf der terra blockchain aktuell sag ich mal keine farm mit wo ich sage das risiko ist relativ gering ich muss nur mein token nicht locken und ich habe zudem die gute rendite ja es gibt einige 1 1 2 farben wo man praktisch in form von liquidity paar providen und ein bisschen gewinn seine rendite kassieren kann aber auch hier bin ich genau der gleichen meinung wie bei ewex ja warum ich eben ewex auf der avalanche chain nicht in der liquidity reingepackt habe sondern separat weil ich davon ausgehe dass der token nur ziemlich sprung nach oben wird und den sprung wie ich halt komplett mitnehmen und nicht durch das liquidity providing nur mit einem anderen poken zusammen teil von dem gewinn einbüßen ja wenn ihr zwar jetzt auf aber eine stadt den ewex und israel getrennt auf sag ich mal auch ihren pool reingegangen wert ja dann hätte ich vielleicht 30 oder 40 prozent gekriegt über die zwei monate aber ihr seht ja hier ja wenn wenn eben die layer 1 nach oben schießen wo habe ich das ja wenn die layer 1 nach oben schießen während während israel eben sich kaum bewegt habt ihr natürlich einen größeren permanent loss als wenn die parallel laufen würde er wenn die gleichzeitig das würde ich machen bei sowas wie wie pancake mit binance bnb die würden dann sag ich mal relativ ähnlich nach oben wenn sich parallel bewegen oder sowas wie wie trader joe und und ewex das wäre die parallelität ist eher gegeben als als bei einer alternativen layer 1 zum israel so das ist der punkt beim terra warum ich wo habe ich terra genau warum ich aktuell nein das ist nicht genau warum ich aktuell weder steke noch noch farben machen zwei stecken habe ich hier neue position drin ja das habe ich auch gesagt das war so eine ja nicht nicht gut durchdacht von mir ja ist euch hoffentlich eine erfahrung die ihr nicht machen müsst und zwar seht ihr hier das sind ganze drei wochen gewesen ich wollte meinen token aus dem staking rausholen ja ich hatte den orion money drin gehabt und das rausholen dauert ganze drei wochen ja ich habe das heißt ich habe das jetzt noch eine woche vor mir ich habe schon zwei wochen darauf gewartet und in diesen drei wochen kassiert ja auch null rendite das heißt selbst diese niedrigen fünf oder sieben prozent der sieben prozent oder wo ist das genau die die ist nein die steht nicht hier dann steht nicht drin steht nicht drin aber selbst die niedrige rendite von ein paar einstelligen prozent bekommt ihr während des ansteigen ist nicht das taken geht schnell also innerhalb paar stunden manchmal sogar innerhalb paar minuten drin gesteckt aber das ansteigen dauert eben sehr lange und das müsst ihr da müsst ihr darauf achten bei genauso bei polygon habe ich das dieselben erfahrungen gemacht da ist natürlich als ansteigen ein bisschen schneller ja bei mir hat es drei tage dauert dass ich meinen token rausholen konnte aber bei polygon staking auf ist ja und ist natürlich mit hohen gas wie verbunden ja ich habe da allein für das ansteigen 200 dollar bezahlt das hat natürlich sehr viel von von den gewinnen die ich sei in der zeit der wirtschaft hat da wieder weggefressen ja also vorsicht beim staking so zum apropos staking ja genau ich habe meine solana auch hier aktuell gespielt sagt ja weil ich denke ich werde ich habe überlegt ob ich auch solana nft mäßig auch einsteigen bin mir aktuell noch nicht sicher ja und andererseits auf solana farming ist die rendite eben sehr lau ja da ich mal im vergleich zu avalanche oder eine andere chain es gibt die eine oder andere möglichkeit auch inklusiv dass man mit hebel arbeitet ja aber das ist alles gleich mal risikomäßig nicht mal mit nicht meinem bereich und deswegen habe ich einfach meinen meinen token aktueller solana art gesteckt hier und ja das sind so praktisch die wie die änderungen an den yield farming position jetzt kommen wir zum zweiten teil das ist das wonderland geschichte ja ich habe hier eine schöne berechnung für euch angestellt ja inspiriert war ich da durch den wie heißt der mann der gute mann wo ist der dieser guter mann hier calculator geil der 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 macht sehr viel berechnung und deep dive in unterschieden farben kann man sich ja reinziehen ja aber ist natürlich alles auf englisch ja und ich habe mir diese diese tabelle die er hat hier hatte ein bisschen überlegt und das ein bisschen weiter ausgebaut und zwar hat er in der tabelle nicht drin die transaktionsgebühren ja und natürlich auch die slippage und was er natürlich in einem video kurz zusammengefasst herausgefunden hat ist dass in fast allen fällen also generell sage ich mal solange der token nicht am abstürzen ist das mitten das bounding bauen die mitten ist das gleiche bei denen aber das praktisch diese fünf tage nur du steckst dein geld rein in fünf tagen kannst du halt dein token nach und nach jeden tag ein stück rausholen ja und diese methode des des farmings auf wonderland ist von der profitabilität her in fast allen fällen höher als die den token direkt zu kaufen und direkt ab ersten tag den kompletten wert reinzustecken das hat was mit ersten mit diesem preisnachlass zu tun und zweitens durch diese rebase diese dreimal täglich stattfindenden gewinnausschüttung für das eben dazu dass das passiert ich war früher auch der meinung dass tatsächlich direkt am anfang alles kaufen und direkt mit einem reingehen günstiger ist als dieser als als nicht günstiger aber mehr rendite generiert als dass das binden das bounding und nach 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 und nach das staking und das ist tatsächlich nicht so auch auf wenn man die gebühren hinzurechnet ja und wir haben hier dass ich habe hier 1000 dollar ja sag ich mal start investition auf ewex 1000 dollar ewex oder was auch mal die minting roi das seht ihr hier auf der seite dem minting roi seht ihr hier das ist 46,4 prozent circa das was ich gemacht habe als ich tabelle gemacht habe also 6,1 5 6,4 reinschreiben so und den rebase ist das ist dieser wert ja 0,6 154 kommt etwa kommen etwa hin ja ziemlich identisch so fünf tages roi fünf tage zinsen ist circa 9,6 prozent und da seht ihr schon nach fünf tage das ist so der normale ablauf hast du etwa wenn du selber mitten würdest aus den 1000 dollar 1096 dollar ja und da ist jetzt hier eingerechnet bei nach diesem calculator geil käme man auf 1100 noch was aber du musst eben fünf mal jeden tag einmal staken was du rausholst und diese fünf mal habe ich jetzt mit einem durchschnittlichen 0,02 ewex als 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 gas wie berechnet das ist so der durchschnitt meine erfahrung nach und da eben fünf mal das anfällt wäre es eben ich glaube 0,1 oder 2,5 dollar ja dass wenn man das abzieht kommen wir auf 1096 und 9 dollar und das ist eine rendite von 9,63 prozent nach fünf tagen so und wenn ihr direkt am ersten tag statt diesen mitten direkt sag ich mal auf auf eine dex wie trader joe ja euer ewex token im wert von 1000 dollar gegen gegen wie heißt es gegen time token tauschen würde ja dann würdet ihr direkt am ersten tag natürlich schon auf diese rendite kommen warum na gut ihr müsst ja nicht 24 stunden warten um die ersten rendite zu kassieren ja das direkt bei stunde 0 geht ja schon mit den 1000 dollar rein und nach einem tag hier stehen die nach einem tag ja habt ihr schon 1018 dollar und ihr müsst natürlich hier nicht jeden tag einmal neue staking betreiben ja und da fällt eben das staking auch weg ja ja das reale ergebnis und beim kaufen wie gesagt ab dem ersten tag habt ihr die volle rendite also ab stunde 0 ein tag so viel prozent und so weiter und ihr seht bei 1000 dollar und da ich mal fast identische nicht identischer von zahlenmäßig ähnlichen wert kommt ihr nach fünf tagen fast auf das gleiche ja beim mitten als auch beim beim kaufen ja diese 9,64 und wir haben hier 9,63 reale rendite und das ist interessant zu sehen und vor allem bei einer sehr kleinen position 1000 dollar wenn ich jetzt mal hier 10.000 reingehen würde ja da sehe ich ja schon weil diese transaktionsgebühren fallen dann natürlich viel weniger ins gewicht ja dass ich eben hier beim mitten fünf mal die transaktionsgebühr bezahlen muss ja fällt nicht mehr ins gewicht und wir haben hier eine circa ein prozent höheren dite dadurch dass wir selber mitten und selber bonding mitten betreiben ja als direkt zu kaufen und je höher man praktisch hier geht ja mit dem wert desto höher sieht die diskrepanz das hat was mit diesen rendite zu tun und pi mal daumen kann man sich einfach so zirka merken wenn eben gleich mal diese dieser zahl jetzt nicht auf die prozente gerechnet sondern gleich mal diese 66.4 als 64 und 61 wenn das ziemlich ähnlich ist ja dann wird sich das mitten besser lohnen als als das kaufen und jetzt habe ich mir noch was überlegt was ziemlich interessant ist dann sage ich mal ihr geht mit 10.000 dollar rein ja nach fünf tage seid ihr hier und wenn ihr nichts machen nichts sonst machen würde ja würde es einfach weiter laufen ja und zwar rebates 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 das würde sich selbst verzinsen ihr müsst gar nichts machen und fertig so aber der gedanke ist doch wenn ich praktisch das geld durch das bonding rein stecke als vom anfang am ersten tag an das direkt kaufen und reinlegen würde dann würde ich ja mehr rendite generieren ja diese circa ein prozent höheren bieten auf fünf tage gesehen nicht auf ein jahr gesehen auf fünf tage ein prozent höheren bieten also habe ich mir überlegt okay was passiert wenn ich das geld was ich hier sage ich mal nach fünf tage durch das reinstecke wieder rausholen würde ja also einmal anstecken das ist einmal zusätzliche gebühr fällt an und dann muss ich natürlich den token den time token den ich da habe verkaufen ja sondern auch trader joe oder so gegen ewex ja und dann gehe ich sage ich mal nach fünf tagen mit meinen verkauften time token in form von ewex token wieder mache ich das gleiche spiel von vorne er gehe ich wieder rein und da seht ihr dann die rendite nach zehn tagen also nach zwei zyklen sind 22 prozent gegenüber 20 prozent ist auch nicht mehr ein prozent höher sondern zwei prozent höher und wenn ich das ganze noch mal extrem übertreibe mit 100.000 transaktionsgebühr und so weiter aber drei prozent höher ist natürlich viel mehr arbeit das heißt ich muss regelmäßig in den festen 24 stunden abständen optimalerweise dass das diese was freigeschaltet rausholen und staking reinpacken ja das heißt ich habe etwas mehr zu tun aber ich kann eben die rendite noch mal etwas höher schrauben wie mein daumen zehn prozent höher schrauben ohne ohne die nutzung von zusätzlichen abracadabra und so weiter ja das heißt ohne zusätzliche smart contract risiko oder zweitplattform risiko ja kann ich praktisch das was abracadabra mir anbietet nicht aber wunderland mir anbietet hier genau kann ich die api dadurch dass ich alle fünf tage meinem time token also mein memo token rausholen ja gegen ewex wieder zurück verkaufe da ich mal auf ca 90 prozent 90.000 prozent aktuell würde man kommen ja das ist eben die also ich werde es nicht machen weil 90.000 an 88 und 82 an sich schon hoch genug ja aber ist eine möglichkeit für allen den es interessiert oder da ich mal nur für da ist einer unter euch der gleich mal okay ich bin mit einem millionen drin ja bei wonderland und da würde sich das schon lohnen da ich mal die zehn prozent und drei prozent mehr als vor fünf tage vor fünf tage nicht eine woche nicht ein jahr sondern pro fünf tage ja ja das ist so der nachfakt zum thema wonderland ich werde diese diese rechnung diese tabelle hier natürlich für euch öffentlich zur verfügung stellen ihr müsst dafür nicht zahlen im gegensatz zu den anderen kanälen und denkt dran daumen hoch daumen runter kommentiert mir gern drunter worüber ihr was erzählt zählt hören wollt und bis dahin mein name ist die ciao